Was ist das Neues? Was ist das Neues? Nicht zu fassen, dass ich Easter Eggs finden kann. Alles klar, wir müssen das Ding jetzt kaputt machen, habe ich das Gefühl. Irgendein Problem, der steht jetzt hier so mitten im Weg. Ich gebe mal hier lang. Blöde Idee, blöde Idee. Ja, wie mache ich das Ding kaputt? Das ist so eine Frage, ne? Wie soll ich das denn kaputt bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie soll ich denn die... Die Steuerung kann ich ja auch nicht ansehen. Ich muss doch irgendwie... Die Chance haben, hier jetzt... Die Schleuder benutzen zu können. Ach, komm, komm. Immer eine gleiche Kack hier, das gibt es ja nicht. Freunde, ich verdrehe jetzt wieder durch, glaube ich. Immer diese gleiche Scheiße mit diesem Game. Es liegen hier schon so viele Steine rum, um auch nicht zu fassen. Leute, wo lang? Der streit das Licht genau auf mich drauf, aber er sieht... Niemand! Sicherlich, sicherlich. Sicherlich. Mein lieber Mann, echt. Ist das kompliziert, ne? Ist das kompliziert? Ach, kommt! Ich gehe da gleich rein. Ach, leck mich doch am Arsch hier. Ach, kommt! Ja, sicher. Erschieß mich. Ey, ich muss doch irgendwie da jetzt, ne? Nö! Die Tür ist lockt. Ja, warum machst du die nicht auf? Ich habe ein Brecheisen dabei, ja? Und einen Messingschlüssel. Also, da kann er dich ja ruhig aufmachen hier, ne? Bevor ich hier abkrepelt, dann werde ich mir jetzt nochmal hier umgucken. Boah, ich hatte den richtigen Schlüssel. Also, der hätte da reingepasst, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm. Das ist doch das erste Mal. Na gut, Brecheisen bringt uns mal gar nichts. Wie soll ich denn da bitteschön reinkommen ohne ein Brecheisen? Also, jetzt hört man, ne? Ich glaube, ich muss mir einen Dietrich besorgen. Wo kriege ich einen Dietrich her? Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, eine Runde drehen und mir die ganzen Sachen besorgen. Das kann ja Jahre dauern. Das ist Ewigkeit. Ewigkeiten wird es dauern. Bis wir hier irgendwie vorankommen. Hier gibt's ja nichts Gescheites. Ach. Ach kommt, ihr könnt doch eh nichts. Ihr seid schlecht. Ihr könnt gar nichts. Aber das wisst ihr doch selbst. Dass ihr nichts könnt. Ach, schaut mal hier. Ein verlassenes Gebäude. Ey, überlegt gerade, ob wir da nicht auch an den Park rein können. Müsste doch da auch an den Park rein können. Immer zickzack laufen, ne? Dann wird das auch was. Jetzt laufe ich hier wieder rum mit so'n Düdel. Das geht auch nicht. Halt. Ich habe hier schon 50 Fein auf mich geäzt. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich jetzt rüber gehen soll. Ich denke, ich versuche es mal hier jetzt einfach mal. Ja, ne? Würde ich mal sagen. Hier runter und dann... Aber ist ja verschlossen, ne, das Ganze hier. Also, da geht's auch nicht weiter. Ach, Mann! Okay, gut, dass man ihn so ablenken kann. Hier bräuchte ich nur noch das richtige Werkzeug, um da reinzukommen. Also, das wär's dann auch. Mehr bräu' ich nicht. Ach, komm! Ja, ist gut. Blöde Sache, ne? Blöde Sache, wenn man so unterwegs ist. Die laufen einmal knallhart an einem vorbei. Ja, der hat natürlich nicht den Lieutenant getroffen, sondern mich. Sicher! Ja, touching, 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 touching. Ich weiß ja nicht, was die will. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Also, am liebsten würde ich jetzt irgendwie hier... ...en Dietrich haben wollen. Aber die kriegt man ja nicht so leicht, ne? Nö. Ja, Freude! Ja, ist so gut. Ähm. Gibt's hier irgendeine Möglichkeit, noch mal voranzukommen, frag ich mich grad. Die haben ihre Schrott-Sachen alle zu bieten, aber irgendwie nix wirkliches, ne? Geh einfach mal rüber. Gehen wir einfach mal rüber. Was ist denn? Weißte? Ich werde einfach mal... ...woanders lang gehen. In ein altes Gebiet eintauchen. Ja, ich mach das. Ich mach das. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ach, gar nichts, komm. Ach, das haben sie zugemauert. Ich glaub's auch. Mitten im Brett haben sie das zugemauert. Ja, ansonsten komm ich ja gar nicht mehr raus hier, ne? Das ist auch sehr... ...unvorteilhaft. Wird's da rauf? ...unvorteilhaft. Du, da unten da! Halt, oder? Ich will Feuer! Ui! Ui! Mein Mensch, das ist... Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, ja! Überall Türme und so. Ich beginne, äh, selbst an mir zu zweifeln, Schwesterchen. Ihr habt doch keine Hoffnung mehr, dass ich irgendwas hier reißen kann. Aber ich werde's weiter versuchen. Wenn's wenigstens diese Appelle nicht wären, ja? Dann könnte ich hier unbegrenzt Stunde für Stunde rumlaufen. Aber nein, die müssen immer kontrollieren, ob alle da sind. Das ist so... Naja, ich würde ja nicht sagen. Ist ja nicht unnormal, dass man das macht, aber trotzdem. Hm. Er guckt noch hin und sieht, wie ich rüberklette, aber... ... ihm ist das egal. Rudy geht weiter. Wo gehen wir hin? Wenn Rudy weitergeht... Zapp! Vor die Nase gelaufen. Aber ihn interessiert es nicht. Also jetzt würde ich mal sagen... Ich hab echt so wenig Ahnung, wo ich rumlaufe, ne? Aber... Interessiert jetzt auch nicht jeden, ne? Wo ich hier so mein Umwesen treibe. Hab ich so das Gefühl. Ach, weißt du was? Ich würde jetzt einfach... So. Jo, ne? Geht er da lang, aber sieht mich nicht. Komm! Ich bin doch oben! Das ist noch... Ist das ein Idiot? Echt? Stone, unser Held, ey. Ne, ne, ne. Wo zur Hölle hab ich ne Uniform gefunden damals, ey? Ich kann mich an gar nicht erinnern. Schon der Sinn, dass er hier nochmal einbricht, statt einfach abzuhauen, ja? Ich meine, der... Könnt ihr genauso... ...bis zur Front laufen und seine ganzen Freunde da beauftragen... ...dieses Lager hier zu stürmen, ne? Oder das hier zu bombardieren. Wir haben ja gesehen, dass dieses Flugzeug da vorbeigeflogen ist. Aber nö Das muss man ja alleine machen Wir sind ja der Held hier Ist klar Ja ich weiß echt nicht Ich laufe jetzt eigentlich nur noch so unnütz rum Und warte bis die Zeit hier verstreicht Ehrlich gesagt Ich habe keine Ahnung echt Nix ist hier Gar nix Kein Dietrich, gar nix ist es Wenn ich ja wenigstens ein Dietrich hätte Jetzt bin ich hier irgendwo Na super toll Na super toll Ach toll Super toll Was sitzt der hier so blöd rum Ach nee Toll Jetzt muss ich nochmal zurück Wo gehen wir nur hin Wo gehen wir nur hin Immer wieder hier zu dem Fahrzeug und sowas Das ist irgendwie Glaub ich nicht, dass ich richtig bin Statt einfach durchs Fenster zu klettern Nee, nee, nee Ach komm, jetzt hör auf Immer das gleiche hier Das gibt's doch nicht Ja ist klar Ja ist klar Das hat passiert Ach komm Er hat nen Kamin, er hat nen Kamin Mach Freude Mach Freude Ach Freude Weißt du was, ich hole mir jetzt diesen Kack-Schlüssel hier Es reicht mir Ich muss wissen, wie ich diese Kack-Schleuder benutzen kann Und mit welchem Schlüssel ich die Tür dann öffnen kann Diesen Diesen Post-Haus da Sonst komm ich auch nicht weiter Ist ja so Ist ja so Dacht schon, was hat das für ein Haus für ein Problem Okay Wo ist denn der Typ, der Sachen verkauft? Der hier Nein Du nicht Ich will mit ein anderes sprechen hier War das der Freund? Ja Du Freund, hör mal zu Ich bin auch nicht nur das Kann ich ja nicht benutzen So Zurück Wie soll man hier einen Weg machen? Ich hole mir meinen Messing-Schlüssel Und werde jetzt noch einmal versuchen da einzubrechen Soll ich das nicht schaffen Ist es mir auch ehrlich gesagt egal Dann Mache ich erstmal den Schnitt Und werde zusehen, dass ich hier irgendwie mal rauskriege Wie ich das denn hier weiter fortsetzen soll Momentan kann Und nicht ja eigentlich nur in die Fabrik rein Ja Deine Mutter kann auch etwas sehen Nur leider nicht heute Freund Ey Komm Wir sind hier nicht im Kindergarten, ne? Beeil dich, Freund Beeil dich Boah Das ging ja noch mal gerade so gut knapp, ne? Gerade so Hier ist ja gar kein Anwesende heutzutage Super, super Stop Or I will fire Bitte, bitte Bitte, komm, 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 komm Komm, 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 komm Oh Jetzt ist es herrlich Herrlich, dass ich es wieder geschafft habe Ich meine etwas When I find you Ja, ja Der soll mal da drin stehen bleiben Ne, sag jetzt nicht Du kommst da Der kommt jetzt einmal rum Der kommt einmal rum Jetzt bin ich gespannt Was der jetzt machen will Ja Wo geht's lang? Die sind echt schlauer geworden Kommt mir so vor, ne? Oh Das macht ein bisschen Spaß Wollt ich schon sagen Ja Wer hat das geworfen, ne? Ich quäle euch alle Glaubt mir Wenn I find you Gut Kann ich jetzt auch wieder raus Freund Du kannst jetzt auch gehen, ne? Ja Der merkt gar nichts irgendwie Das ist wieder so ein anderer Typ hier, ne? So Der Kumpane da oben Der kann uns jetzt mal gar nicht sehen Dieser Freund Der schläft Und das ist gut Das ist sehr, sehr gut Wäscherei Nein Warum kann ich denn hier nicht rein? Ach mein lieber Mann Ich kann nicht in die Wäscherei Hier haben wir jetzt ein ganz großes Problem Hab ich so das Gefühl Ein ganz, ganz großes Problem Nee Arschloch Stop! I will fire! Halt! Werde die da? Ja Ja Klar Was auch sonst, ne? Es ist herrlich Ihr seid nicht herrlich Ihr seid nicht herrlich Ich hab keine Steine mehr, leider Schade Wird die gerne noch so ein bisschen gequält Ich kann nichts sehen Ich kann nichts sehen Ich will hier rein Oh Gott Was ist denn das für ein Geräusch hier? Na immerhin haben wir einen Blick reingeworfen So Das war's dann auch Erstmal immer jetzt hier ein Schnitt Und wir werden nicht singen Keine Sorge Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann